das geht das ist schön, dass ihr draufkommt doch, ich mag euch wen soll ich Hauptmann Klos als allererstes ist das schön und, wen habe ich zurück gemessert? Raven kennt mich alle mal hier du bist ein so bist na, in einem anderen warte mal, lass mal kann ich ein bestell mal ein eigenes Squad hier, Delta und, weil es ist auch privat? ne, ist es nicht ich will auch okay, jetzt wird der Bullock natürlich auf C ist gerade ein kleiner Run auf C ist gerade ein kleiner Run achso, scheiße, ich bin ja hier der der Gottmeister ich dachte, es ist ein guter Abend, Leute, wenn er schon drauf spielt aber, guten Abend SPS also, wenn die Warteschlange voll ist, kannst du auch passiviert und es läuft nicht drauf ich bin halt schon hier als, als Pio gejoint ach, schon ist der Classic Mode vor allem, muss ich das achter anlegen jetzt sind wohl nicht schon schneller weg, als ich hatte und sagen kann ah, das ist scheiße wir müssen, du ah, ich bin bei der C hinter mir ist er, ah, sehr gut hinter mir, ähm, hinter dem Kai ist nicht einer pass auf der ist da er hat das hier zum Einnehmen was denn? boah Boah, haben wir den 14 noch gehabt. Oh nein, die Killkamm ist ja aus. Die Killkamm hat mich nicht mehr gemacht, die hat mir sowieso auch schon mal nicht behalten. ja sagt doch was dann rocken was ja mal weg hier ja ist mir ist mir kann auch mal ein gefeindert ein classic spielen so Achso, ähm, hier Teambeschuss ist ja an, oder? Nein. Nee. Aber ich dachte, es wäre im Classic-Modus aufgewiesen. Nein, ist es nicht. Ich glaube, es ist im Classic-Modus. Wenn du solche Server hast, dann ist es Hotcore. War ein bisschen Art eingestellt. Wo, Frau, Frau, scheiße, wo sind denn hier die SPS-Leute? Hm, brennen gerade von A nach D. Entschuldigung, das Sargent. Hm. Sunny. Ah, Call Sunny, sehr schön. Hol dir deine Munition! Mann! Also, Mann, ich habe schon den dritten Mal getötet, das gibt es doch gar nicht. Nehm mal auf, Chris, bitte. Mach ich schon. Verdammt. Ich muss das nicht mehr machen. Oh, ich habe einen okay getötet. Oh, ich habe einen okay getötet. Ich mache nichts. Ja, muss ja auch mal einen, dann. Oh, wat? Pfff! Winchester. Ja, keine Ahnung. Sniper, hurre! Geht denn hier eigentlich auch unsere Regeln drauf? Nee. Es gibt keine Regeln. No rules. No rules, no that. Geht alles noch nicht. Ja, Revolution. Wo hast du gerade getötet von der Schlange? Hm, alles braun. Wurde voll geschissen. Stirb! 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 Toilettenfeuer und Sargent Orangen, das sind so die Einzelsichthüte. Aber nur noch dreimal am Stück hier. Komisch. Ich habe einen feinlichen Soldaten. Schmier! Das wäre so unglaublich. Links hinterm Felsen ist einer. Aua! Ja. Ich bin irgendwie immer nur gegen drei. Tarschen Orangensaft und Toilettenfeuer töte ich immer und Snooki tötet mich dann immer. Und drei Mann hätte dabei passen. Und drei Mann hätte dabei passen. Ah! Ach! Schau! Wolltet ihr eigentlich auf Battlefield 3 spielen heute? Ja. Ja. Können wir ja danach noch, oder? Oder war das am Wochenende? Weiß nicht, Andy? Wuscht! 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 Nein, nix mehr. Oh verdammt, da kommt viel Kundschaft auf C. Mhm. Oh, wie die sich immer rumbuggen müssen, unglaublich. Ey, wenn die aufstehen oder irgendwo rübergehen, dann buggen die da richtig. Eine ist rechts rum. Habe ihn. Ah fuck! Kommt'n der ist plötzlich her? Warte mal, ich kann nicht wieder wieder. Ah, 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 ich kann nicht wieder wieder. Scheiße. Winchester mit der Unica. Naja. Komm, mir geht jetzt so ein bisschen wie viel man schmöge. Ich weiß nicht, dass man jetzt schafft. Ich will jetzt gar nicht werfen, Hoppy. Komm, mir. Ach so. Da ist er. Kille Henfe... ich hab winchester und kloss schon wieder die gammeln alle bei der zehrung scheiße da oben treff ich gegen ihn klo fachfrau ist aber gut getänzelt um den schweiß baum stammraum zur unikate mir schon mal erwischt es sollten schauen dass wir ein paar flaggen holen irgendwie auch ich kann zu b dabei wo Hinten an der C, äh, an der B noch nicht. Hab wegen Toilettenfeuer wieder mal. Den haben, haben die hier, ey. Geh mal auf E durch. Da ist das ja. Ja, mein ich ja. Kommt ihr? Bitte. Ob ich jetzt nicht mehr oberen kann, wo sie man ihre am Denzelte angenommen haben? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Das ist ein. Ich habe nicht Kontakt zu einem freundlichen Panzerjäger, mit deiner aktuellen Ständer. Ihr habt gerade die Nachfolge nur ein ganzes Ziel selber überlaufen. Es bleibt nur noch Charlie. Äh, Zielfeld doch. Gegen eins. Gegen andere Seite. Ah, ich häng fest! Von hinten irgendwo. Auf der E sind sie. Beziehungsweise der D. Boah, klasse. Aber gegenseitig getötet. Ich hab'n Tor. Ach, die haben mich noch mit neuen Lesungen weggeholt. Das ist unglaublich, der Typ. Ey, Ernste. Mit der Scar. Mit der Waffe, die länger schießt als meine Brüder. Sollte eigentlich nicht möglich sein. Aber dezent kriegen wir schon aufs Maul. Ja, das geht. Alter, wie kann man so schnell schießen? Verdammt. Ah, der Fabian hat mich getötet. Die Sau. Boah, was macht denn der Mörsertier auf der Karte? Wie kann man denn hier Mörsern? Nimm die B an. Ja, wollte grad sagen, wieder von hinten rum, oder? Ja, oder? Links. Oh, da kommen noch einige. Links, genau. Da kommen wahrscheinlich schon weg. Und schafft. Was ist denn da? Ich dachte schon, es wäre einer von euch. Boah, was ist denn das? Spawne. Was ist denn mit dem Ton? Oh mein Gott. Ich höre gar nichts mehr richtig. Die kommen von rechts, Uli. Mhm. Gesehen. Boah, was soll das denn? War grad komisch. Von ganz rechts auch noch durch. Ah. In Richtung A. Scheiße, hier muss ich auch noch spawnen, ne? Wir stehen auf beiden Seiten. Von der B. Na. Aber. Und da ist der Klaus tot. Da hab ich in der Bissener. Ja, toll. Killhilfe. Ja, wenn der Kill angezeigt. Also, naja. Das Prestige bleibt auf meiner Seite. Oh, von hinten, von hinten. Na. Was ist da wieder Tore? Ach. Auf deiner Seite stehen taures Snipern. Ja, wie die Wahnsinnigen rum. Ich muss mit der Farbe an der da liegen. Was ist da? Oh, wiederbelebt. Was ist da? Da ist noch ein Sniper links. In der Seite Richtung Gelder. Da stehen wir ja schon. Eigentlich auch noch Placke rum. Scheiße verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Sau Scheiße. Wurscht, aber ich hab nen Kloss. Dreimal jetzt. Ja, jetzt treff ich da nicht rein. Bei dem anderen komischen Kapuff hier bei mir ist noch einer. Hinter dir. Kloss. Ja. Ja. Ich hab's nicht raus. Genau. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht raus. Einmal einer rein hier. Was war außer das dann? Ehm, was war denn da alles? Wie ist das? Ja. Ich mach's nicht raus. Das ist ja. Da werde ich es noch mal Wollen wir uns ziehen oder? Wer wolltest du da weiter rumkommen hier? Nein, nein, ich stehe in Ruhe Ich kann es nicht Der Diner ist voll Danke Sniper noch hinten Hat mich momentan Ich hole dich Wohlchen geholt Sniper noch da Das sind noch mehrere an der E Also D Nein Einen Lebenspunkt hat er Ich glaube nicht Danke Doppelt danke Das war noch ein Sniper Ja hier sind ganz viele Sniper Wenn die alle snipen Ich glaube es kaum Oh Oh An der Fahne flacken sie direkt dran Drei Stück mindestens Drei Stück mindestens Sauber Das gibt es nicht B fällt Ah jetzt kann ich da nicht rüber springen Ist klar Die A fällt Geh mal zur A hoch und gucken was da ist Gute Idee Irgendwie wackelt bei mir alles gerade ist das normal Waffe wechseln Waffe wechseln Also hier und her wechseln Dann gehts wieder Ja ja Ok jetzt Was war das? Das ist ein Bug Wenn du 100% nicht weise kriegst Kann das denn Soldat zitter bis auch Ich hab eine feindlichen img fürkneller Basu-Su Bermoney Ja ich Ich spawn'bleh' bei dir Granate kraft und kraftverflogen Nimm dir deine Munition hier drüben jetzt hat der buch lässt unten rum vom glück noch stehen ich habe teilweise lags hier irgendwie ich muss noch was das ist ein motion-netzwerk ach so, da hinten gibt es doch keine Flacke bleib doch mal aus der C C ist voll besetzt jetzt fällt die Flagge und ich seh nichts mehr hab ihn Klopachfrau oh man, was sind denn das für Lags Sniper hinten Richtung A ich muss jetzt mal zu dir gehen, schnell schnell Alter Toilettenfeuer Sniper hinter so nem komischen Da war's Vorsicht, ich hab nen Feindlichen Da bin ich mal gespannt, ob das Video auf dem Fall dann bei Youtube auftaucht Boah Ja, ich weiß auch nicht wie viele Wiese jetzt drin Klopachfrau Boah Abonnieren Boah Baah Na Na So, Toilettenfeuer ist Geschichte. Da ist noch einer rechts. Kann ich bloß beim Squad Leader spawnen, oder? Meine Ratze, wo der andere gerade in einer D steht. Ein Flak oder Squad Leader, deswegen muss der eigentlich im Leben bleiben. Oh, die Rave, sauber. Ah, scheiße. Auf diesen Orangels, auf Tränen, ich in die Tür tut er. So, ich sehe an. Ja, ich sehe an. So, wir sind in der Tür zu erneut. Hier ist die Tür. Hier ist eine Ails. Er ist die Tür. Ich nehme an. Aber der Da ist mit einem Schrauch. Dein, ich wollte es kommen mit. Warte mal, Chor auf mich. Er läuft rechts lang. Jetzt mördert der auch noch. Gegenseitig, wie krass der ist. 45, 15. Danke. Oh, jetzt wackelt es bei mir auch. Klasse. Auf Pistole wechseln, wir zurück wechseln. Danke. 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 Da sind die da auch noch Wo ist mein Squad? Tod Da sind die Nase wie sie echt zum Kacken Irgendwo her snipert sich wirklich nicht bei ihr Sag mal lieber woher sie nicht sniperen gerade Oh Links! Ah, Winchester geholt Ah, snipert einer da oben dran Ah, geh jetzt nicht raus Bei AC hoppt einer auf dem Dach und snipert runter Ah, ich brauch Muni Wo bist du? Hier Komm rüber zu dir Alter Da liegt in der Position Da ist ein Medic dabei Ja, hier Das ist nicht meine Nimm meine Ah Haben wir verloren? Ja Aber Ja, hier Ich hab's Ja, hier Ich hab's Vielen Dank.